Lass uns Pizza bestellen. Ich habe Hunger. Ja, coole Idee Alice. Aber eigentlich will ich gar keine ganze Pizza. Okay, dann bestellen wir halt einfach nur ein paar Stücke. Wow, so viel Auswahl hier. Ich nehme einmal ein Drittel Thunfischpizza, zwei Viertel Spinatpizza und zwei Fünftel Salami Pizza. Hey Bob, das ist jetzt aber mehr als eine ganze Pizza. Und zwar dreizehntel mehr als eine ganze Pizza. Oder so ähnlich. Was? Mann oh Mann, wenn ihr wüsstet, wie Brüche funktionieren, dann würde euch das nicht passieren. Stimmt. Aber was ist jetzt eigentlich ein Bruch? Ein Bruch gibt einen Teil eines Ganzen an und besteht aus einem Nenner und einem Zähler. Der Nenner, wie der Name schon sagt, nennt, in wie viele Teile das Ganze aufgeteilt wird. Also zum Beispiel Drittel, Fünftel, Sechstel oder 5b² e hoch 3. Der Nenner ist alles unterhalb des Bruchstriches. Im Nenner darf niemals die Zahl 0 stehen, da die Division durch 0 mathematisch nicht definiert ist. Der Zähler zählt, wie viele von diesen Teilen angegeben werden. Also zum Beispiel eine, zwei, vier oder 17.384,7 plus die Wurzel aus 2. Der Zähler ist der Teil über dem Bruchstrich. Hat man im Zähler eine größere Zahl stehen als im Nenner, so ist der Bruch größer als ein Ganzes. Als Beispiel betrachten wir den Bruch 12 Zehntel, welcher sicher größer als 1 ist. Was kann man nun mit Brüchen alles machen? Zum Beispiel kann man sie kürzen. Durch Kürzen ist es möglich, einen Bruch zu vereinfachen, ohne seinen Wert zu verändern. Wenn wir zum Beispiel 4 Sechstel haben, dann können wir 4 auch als 2 mal 2 schreiben. Und 6 können wir in 2 mal 3 aufteilen. Im Allgemeinen suchen wir also eine Zahl x, welche sowohl ein Teiler des Zählers als auch ein Teiler des Nenners ist. Da die Zahl x, beziehungsweise in diesem Fall eben die Zahl 2, sowohl im Nenner als auch im Zähler vorkommt, können wir diese wegkürzen, ohne den Wert des Bruches zu verändern. Somit erhalten wir den gekürzten Bruch 2 Drittel, was dasselbe ist wie 4 Sechstel. Als Kontrolle könnte man die Brüche ausrechnen und erhält dann in beiden Fällen 0,6 periodisch. Schauen wir uns das noch einmal mit 2 Pizzen an. Wird eine Pizza in 6 Teile geteilt und 2 Teile davon aufgegessen, dann bleiben 4 der 6 Teile über, also 4 Sechstel. Wird eine andere Pizza in nur 3 Teile geteilt und ein Teil davon aufgegessen, dann bleiben 2 der 3 Teile über, also 2 Drittel. Vergleicht man die übrig gebliebenen Teile, so erkennt man schnell, dass sie gleich groß sind. 4 Sechstel sind also dasselbe wie 2 Drittel. Aber Achtung, das Kürzen geht nur dann, wenn man Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl teilen kann, so wie im vorherigen Beispiel durch die Zahl 2. Falsch wäre es, den Zähler 4 nicht in 2 mal 2, sondern in 3 mal 1 plus 1 aufzuteilen und dann die Zahl 3 aus Zähler und Nenner zu kürzen. So käme man auf das falsche Ergebnis von 2 durch 2, was einem Ganzen oder der Zahl 1 entspräche. Dies ist offensichtlich falsch, da 4 durch 6 nicht gleich 1 ist. Der Fehler besteht darin, dass hier aus einer Summe gekürzt wurde. Die Regel, nicht aus einer Summe zu kürzen, wird sehr häufig vergessen, weshalb dieser Fehler auch Einzug in die Lyrik gefunden hat. Aus Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Aber nur so nebenbei. Eine Differenz ist auch nur eine Summe, in der zumindest eine negative Zahl vorkommt, wie zum Beispiel 5 plus minus 3 ist 5 minus 3 ist 2. Was passiert, wenn man zwei Brüche addieren möchte? Was wird beim Addieren von Brüchen eigentlich addiert? Der Zähler oder der Nenner oder beides? Schauen wir uns das einmal bildlich an, dann sollte es uns schnell klar werden. Welches Ergebnis bekommt man, wenn man ein Halb und ein Halb addiert? Wenn wir den Nenner addieren, kommen wir auf ein Viertel. Nein, das macht wirklich keinen Sinn. Wenn man zu einer positiven Zahl eine weitere positive Zahl addiert, kann es doch nicht weniger werden. Wenn wir den Zähler addieren, kommen wir auf zwei Halbe, was dasselbe ist wie ein Ganzes. Es macht also durchaus Sinn, nur die Zahlen der Zähler zusammenzurechnen. Dieses Beispiel ist noch einfach. Aber was passiert, wenn wir Brüche mit unterschiedlichen Nennern haben? Da wir nur Brüche addieren können, die denselben Nenner haben, müssen wir zunächst wissen, wie man Brüche erweitert. Das Gegenteil von Kürzen nennt sich Erweitern. Um einen Bruch mit einer Zahl zu erweitern, müssen sowohl Zähler als auch Nenner mit dieser Zahl multipliziert werden. Es ist also genau der umgekehrte Vorgang des Kürzens, wo Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl dividiert werden. Genauso wie beim Kürzen ist es auch beim Erweitern wichtig, dass der gesamte Zähler und der gesamte Nenner multipliziert werden. Also alle Teile des Zählers und alle Teile des Nenners mit demselben Wert erweitert werden. Wie hier im Beispiel mit dem Wert 2. Wie bereits erwähnt, wird das Erweitern bei der Addition von Brüchen mit ungleichen Nennern benötigt. Also zum Beispiel, wenn wir die Brüche 2 Drittel und 1 Sechstel miteinander addieren wollen. Die Nenner 3 und 6 sind nicht gleich. Wir müssen also einen gemeinsamen Nenner finden. Dieser gemeinsame Nenner sollte das kleinste gemeinsame Vielfache der Nenner der zu addierenden Brüche sein. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 3 und 6 ist 6, da man die Zahl 3 in 3 mal 1 und die Zahl 6 in 2 mal 3 mal 1 zerlegen kann. Das kleinste gemeinsame Vielfache ergibt sich aus dem Produkt der Primfaktoren der größeren Zahl, ergänzt um die noch fehlenden Primfaktoren der kleineren Zahl. Wir müssen also den Bruch 2 Drittel mit 2 erweitern, sodass wir im Nenner 6 erhalten. Im Zähler erhalten wir dann 2 mal 2, also 4. Im nächsten Schritt können wir die Zähler der Brüche addieren und erhalten als Ergebnis 5 Sechstel. Allgemein gesprochen, möchte man die Brüche A durch B und C durch D addieren, wobei B und D ungleich sind, so muss man einen gemeinsamen Nenner verwenden, der dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von B und D entspricht. Um die Brüche richtig zu erweitern, muss man die Zahlen finden, mit denen die ursprünglichen Nenner multipliziert werden müssen, damit das kleinste gemeinsame Vielfache herauskommt. Für den ersten Bruch wäre das zum Beispiel eine Zahl x, sodass B mal x das kleinste gemeinsame Vielfache ergibt. Dann muss auch der Zähler des ersten Bruches mit x multipliziert werden, damit sich der Wert des Bruches nicht verändert. Der zweite Bruch wird mit einer Zahl y erweitert, sodass D mal y ist das kleinste gemeinsame Vielfache gilt. Wenn man zwei Brüche addiert, die den gleichen Nenner haben, dann kann man die Zähler auch auf einen Bruchstrich schreiben. Betrachten wir als weiteres Beispiel die Addition von 3 Viertel und 5 Sechstel. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 4 und 6 ist 12. Wir erweitern also den ersten Bruch mit x ist 3, da 4 mal 3 gleich 12 ist. Und den zweiten Bruch mit y ist 2, da 6 mal 2 gleich 12 ist. Wir haben dann 3 mal 3 durch 12 plus 5 mal 2 durch 12 ist 9 plus 10 durch 12 ist 19 Zwölftel. Na endlich, Alice und Bob haben sich entschieden, welche Pizzastücke sie haben möchten. Alice bestellt eine Pizza Hawaii, die mit anderthalb Scheiben Ananas belegt ist. Bob ist neugierig und probiert die neueste Kreation der Pizzeria Alberto. Er bestellt eine Pizza Pacifica. Diese ist mit Kokosnuss, Thunfisch und mit einer 3 Viertel Scheibe Ananas belegt. Hey, und da kommen die Pizzen auch schon. Hallo Tommaso, danke für die Pizzen. Wie geht's? Woher kennst du deinen Pizza boten, Ralf? Tja, ich jobbe nebenbei ein bisschen für die Pizzeria. Wow! Hi Ralf, alles klar? Kommst du morgen wieder? Ja klar! Oh je, ich hab jetzt nichts mehr übrig fürs Trinkgeld. Hier, nimm das und sorry. Haha, schau, Katie hat ein Stück von deiner Pizza erwischt. Katie, nein! Oh je. Jetzt stellen sich natürlich sofort 3 Fragen. 1. Hat sich Pizzabote Thomas über sein Geschenk gefreut? 2. Bekommt Katie Bauchschmerzen? 3. Wer hat nun mehr Ananas auf seiner Pizza? Alice oder Bob? Zumindest die dritte Frage kann ich euch schnell beantworten. Hierzu benötigen wir die Multiplikation von Brüchen. Sehen wir uns die Situation noch einmal genau an. Auf der Pizza von Alice lagen 1,5 bzw. 3 halbe Scheiben Ananas. Da Katie ein Viertel der Pizza aufgegessen hat, bleiben für Alice nur noch 3 Viertel der Pizza übrig und damit auch nur mehr 3 Viertel vom gesamten Ananasanteil. Aber wie viel sind 3 Viertel von 1,5 Ananasscheiben? Wir betrachten zunächst die 3 halben Scheiben Ananas und teilen jede Hälfte in Viertel auf. Ein Viertel einer halben Scheibe ist ein Achtel einer ganzen Scheibe. Das sollte klar sein. Da wir hier einfach 3 halbe mit 4 erweitern, erhalten wir dann insgesamt 12 Achtel Ananas. Ein Viertel dieser 12 Achtelstücke sind 3 Achtelstücke. Wir rechnen also 12 minus 3 und erhalten 9 Achtelstücke, die übrig bleiben. Wir finden also heraus, dass 3 Viertel von 3 halbe gleich 9 Achtel sind. Als Rechnung aufgeschrieben sehen wir, dass wir zu diesem Ergebnis kommen, wenn wir Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multiplizieren. Also 3 mal 3 und 4 mal 2. Beim Multiplizieren von Brüchen werden also Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. Allgemein aufgeschrieben bedeutet dies, multipliziert man den Bruch A durch B mit dem Bruch C durch D, so lautet das Produkt A mal C durch B mal D. Das gleiche machen wir nochmal mit Bobs Pizza. Auf Bobs Pizza war ursprünglich eine 3 Viertel Scheibe Ananas. Bob hat dem Pizzaboten Tommaso ein Sechstel seiner Pizza gegeben. Also bleiben 5 Sechstel von 3 Viertel der Ananas über. Die Rechnung lautet also 5 Sechstel mal 3 Viertel sind 5 mal 3 im Zähler und 6 mal 4 im Nenner. Multipliziert man das Stur aus, erhält man 15 Vierundzwanzigstel. Bei Multiplikationen darf man aber während der Rechnung kürzen, um sich diese zu vereinfachen. Den Sechser kann man in 3 mal 2 aufteilen. Dann kann man durch 3 kürzen und erhält als Ergebnis 5 Achtel. Bob hat somit nur 5 Achtelscheiben Ananas auf seiner Pizza, also weniger als Alice. Also nochmal zur Erinnerung. Beim Multiplizieren von Brüchen werden Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. Mit Variablen angeschrieben sieht das dann so aus. Ein häufiger Fehler, der beim Multiplizieren von Brüchen gemacht wird, ist, dass nicht die gesamten Zähler und Nenner miteinander multipliziert werden. Also beispielsweise 4 plus 1 Sechstel mal 3 Viertel ist nicht das gleiche wie 4 mal 3 plus 1 durch 6 mal 4. Als Zähler wird der gesamte Ausdruck über den Bruchstrich bezeichnet. Man darf also nicht nur einen Teil einer Addition wie bei diesem Beispiel verwenden. Richtig wäre es, zuerst die Addition im Zähler durchzuführen oder den gesamten Ausdruck geklammert zu multiplizieren. Mh, die schmeckt super. Ist es eigentlich anstrengend, in der Pizzeria zu arbeiten? Naja, manchmal schon. Einmal, das muss ich euch erzählen. Kennt ihr den Weißen vom Berg? Ja. Einmal hat der bei uns eine Pizza bestellt. Ralf, ein neuer Auftrag für dich. Der Weißen vom Berg hat Pizza bestellt. Hier ist die Pizza. Bring sie ihm bitte zu seiner Hüte hinauf. Die ist 30 Kilometer entfernt. In zwei Stunden bist du sicher dort. 30 Kilometer in zwei Stunden? 30 geteilt durch 2 macht 15. Also muss man die Durchschnittsgeschwindigkeit 15 kmh betragen. Das schaffe ich locker mit dem Fahrrad. Puh, der Weißen vom Berg mochte seine Pizza nicht mehr. Sie war ihm einfach zu kalt. Er möchte eine neue Pizza haben. Oh, ja dann backe ich ihm eine neue Pizza. Aber schau, dass du es diesmal in einer Stunde schaffst. 30 Kilometer in einer Stunde? 30 geteilt durch 1 macht 30. Also muss man die Durchschnittsgeschwindigkeit 30 kmh betragen. Dann nehme ich aber lieber mein Moped. Na toll, die Pizza war ihm wieder zu kalt. Er möchte noch eine neue Pizza. Was? Noch eine? Na gut, aber diesmal bringst du sie ihm in einer halben Stunde. 30 Kilometer in einer halben Stunde? Da muss ich ja mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 kmh unterwegs sein. Dann nehme ich lieber den Lieferwagen. Sag nichts, ich habe schon die nächste Pizza gebacken. Du darfst nicht länger als eine Viertelstunde brauchen, sonst ist dir wieder kalt. 30 Kilometer in einer Viertelstunde? Wie soll ich das denn schaffen? Mit 120 kmh? Bleib, wo du bist, mein Junge. Ich bin zu euch gekommen. Jetzt wollen wir uns den mathematischen Aspekten dieser Geschichte noch etwas genauer widmen. Hier geht es um die aufgetretenen Divisionen durch Brüche. Dazu betrachten wir alle Rechnungen noch einmal in einer Tabelle. Bei der ersten Pizza-Lieferung sollte eine Strecke von 30 Kilometern in zwei Stunden zurückgelegt werden. Die dazugehörige Rechnung lautet also 30 durch 2 ist gleich 15. Was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 kmh entspricht. Beim zweiten Mal sollten die 30 Kilometer in einer Stunde zurückgelegt werden. Die Zeit hat sich also halbiert. Folglich hat sich die Durchschnittsgeschwindigkeit verdoppelt. Das ist auch das, was unsere Rechnung ergeben hat. 30 durch 1 ist gleich 30. Bei der dritten Lieferung wurde die Zeit erneut halbiert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit hat sich also erneut verdoppelt. Die dazugehörige Rechnung lautet 30 durch 1 halb und wurde in die äquivalente Rechnung 30 mal 2 umgewandelt, die sich leicht lösen lässt. Wir haben also, statt durch 1 halb zu teilen, mit dem Kehrwert von 1 halb, das ist 2 Eintel bzw. 2 Mal genommen. Kehrwert bedeutet hierbei, dass wir einfach Zähler und Nenner vertauschen. Analog im vierten Fall, die Zeit halbiert sich wieder, die Durchschnittsgeschwindigkeit verdoppelt sich wieder. Die dazugehörige Rechnung wird also von 30 durch 1 Viertel in 30 mal 4 Eintel umgewandelt. Erneut haben wir, anstatt durch 1 Viertel zu teilen, mit dem Kehrwert von 1 Viertel multipliziert. Das hier beobachtete Prinzip gilt auch allgemein. Wir dividieren durch einen Bruch, indem wir dessen Kehrwert multiplizieren. Hierbei ist es sinnvoll, ganze Zahlen wie z.B. 2 oder 5 als Bruch zu schreiben, also 2 Eintel oder 5 Eintel. Die Multiplikation von Brüchen geschieht wie zuvor besprochen. Sehen wir uns dazu ein Beispiel mit größeren Zahlen an. 15 Zwölftel durch 3 Viertel ist 15 Zwölftel mal 4 Drittel. Ist 60,36 ist 12 mal 5 durch 12 mal 3 ist 5 Drittel. Sehen wir uns dazu ein Beispiel mit anderen Zahlen an. 4 Drittel durch 2 ist 4 Drittel durch 2 Eintel. Ist 4 Drittel mal 1 Halb ist 4 mal 1 durch 3 mal 2. Ist 4 Sechstel ist 2 Drittel. Ich hoffe die Pizza hat euch geschmeckt und ihr könnt das nächste Mal selbst ausrechnen, wie viele Stücke ihr bestellen wollt. Wann bist du wieder im Dienst? Dann bestellen wir mal eine bei dir. Bekommst auch ganz viel Trinkgeld. Ja na dann. Uff. Du hast dasnach. Wir packen jetzt einenblicer Ahn.